Das Wetter am 23. März Am Samstag wird es in Budapest tagsüber sonnig und 21 Grad warm, bevor am Abend eine Kaltfront eintrifft, die Regen und Niederschläge mitbringt. In der Bretzin beginnt der Samstag sonnig, mit einigen Wolken am Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von etwa 18 Grad. Am Abend folgt dann Niederschlag und Wind, der eine Kaltfront mit sich bringt. In Gür beginnt das Wochenende mit Wolken. Die Temperaturen erreichen am Samstag 20 Grad. Gegen 19 Uhr nimmt der Wind zu und es beginnt zu regnen. Am Samstag kann es in Hewies bis zu 21 Grad warm werden. Am Abend muss mit Regen und Wind gerechnet werden. Der Samstag beginnt in Peets sonnig mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. Gefolgt von einer Kaltfront wird es in der Nacht starken Windböen geben. In Saget kann es in den frühen Morgenstunden am Samstag zu Nebel kommen. Tagsüber scheint die Sonne und es wird um die 20 Grad warm. Ab 19 Uhr muss mit Regen gerechnet werden und es wird windiger. Am Samstagmorgen wird es in Mischkohls voraussichtlich bewölkt sein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei etwa 17 Grad. Am Abend nimmt der Wind aufgrund der Kaltfront zu. Nachdem in Mischkohls